Und jetzt wollen wir uns eine ähnliche Funktion wie in der letzten Lektion auch schon ansehen. Jetzt geht es darum, wie wir ganz einfach mit der Hilfe von selbst erstellten Balken einen Titel innerhalb unseres Bildes öffnen können und diesen dann auch noch im Farbverlauf animieren können, sowie dann ausblenden. Das Ganze ist halb so kompliziert, auch wenn es zu Beginn vielleicht etwas komplexer aussieht. Wir schauen uns zunächst einmal an, wie das Ganze beginnt, indem wir wieder alle möglichen Spuren zunächst einmal ausblenden, bis auf unser Hintergrundvideo, welches ganz unten liegt. Wenn ich jetzt einfach mal nach und nach die Spuren öffne und das wäre jetzt als erstes einmal ganz oben die AV-Spur 2, dann ist das hier dieser Balken. Das ist auch der gleiche Balken wie in der letzten Lektion, den ich mir in GIMP erstellt habe im Format 1920x50. Und diesen habe ich mir eben dementsprechend verkleinert, wenn ich hier mit Doppelklick draufgehe auf die Eigenschaften. Dann sehen Sie hier bei meinen Anfangswerten erst einmal die Deckkraft bei 0. Deswegen sehen wir hier zu Beginn noch nichts. Diese wird dann bis zu diesem Punkt aber heraufgestellt und auf ein Maximum hochgefahren. Während wir hier die horizontalen und vertikalen Werte sowie die Größe zu Beginn so haben, wie das hier jetzt auch abgebildet ist. Das bleibt dann auch im ganzen Video so der Fall. Hier ist jetzt erst einmal nur die Deckkraft animiert. Wenn wir uns nun die AV-Spur 3 dazu holen, dann ist das hier dieser zweite Balken, der unseren Schriftzug öffnen soll. Wenn ich hier zu Beginn nochmal hingehe und dann hier auf die AV-Spur 3 mit Doppelklick draufgehe, sehen wir jetzt hier schon deutlich mehr Keyframe-Animation. Zunächst auch wieder die Deckkraft bei 0 und zum selben Wert wieder bei 100 wie auch der erste Balken. Und ab hier geht es dann quasi los, dass sich der zweite Balken dann, und das können Sie hier im horizontalen Wert beobachten, nach rechts verschiebt bis zu diesem Keyframe, an dem das Ganze dann stehen bleibt, bis zum nächsten Keyframe hin und dann natürlich wieder zurückgeschoben wird. Soweit also hier zu meiner Keyframe-Animation der beiden in GIMP erstellten Balken. Und wenn ich jetzt einmal die AV-Spur 6 unsichtbar mache und dafür die AV-Spur 4 sichtbar mache, dann haben wir hier an der Sekunde 0 diesen Teil einmal zugeschnitten, was aber nicht weiter sichtbar ist, wenn wir die AV-Spur 6 wieder anzeigen. Warum habe ich das gemacht? Ganz einfach, wir haben hier darunter einen Titel liegen und ich habe das Bild hier quasi bis zu der Stelle hin, an der die Balken einkommen, dann nach rechts hinaus animiert, was es mir dann natürlich ermöglicht, wenn ich dann die AV-Spur 5 hinzufüge, den Titel zu sehen. Da das Bild sich ja nach außen rausschiebt und damit jetzt hier quasi kein Schwarzbereich entsteht, ist die AV-Spur 6 mit dem Gesamtmaterial im Vollbild noch einmal hier drauf. Noch einmal einen Schritt zurück. Wir gehen hier quasi hin an die Stelle, an der sich das öffnet, schneiden unser Bild hier von links bis dahin zu. Und das sehen Sie dann hier unten. Hier habe ich diesen Zuschnitt in feinster Kleinarbeit so animiert, dass er quasi hier diesem Balken in Geschwindigkeit etc. folgt, indem ich hier immer Stück für Stück mitgegangen bin und die Bewegung verfolgt und den Zuschnitt dann hier jeweils angepasst habe. Das Ganze bleibt dann von dieser Stelle bis zu dieser Stelle bei einem und demselben Zuschnitt, ehe das Ganze jetzt hier bis zum letzten Keyframe wieder auf diesen Wert von 18 geht, sodass der Titel hier quasi nicht mehr erkennbar ist. Dieser Titel ist stets sichtbar und liegt einfach darunter und ist lediglich in Bezug auf seine Position im horizontalen und vertikalen Bereich abgeändert worden, sodass er eben genau zwischen den beiden Balken steht, wenn diese sich hier öffnen und das Bild auf der AV-Spur 4 mit ausgeblendet wird, ehe das Ganze dann am Ende wieder über dem Titel drüber liegt. Wir aktivieren jetzt mal die AV-Spur 6 und dann haben Sie jetzt wahrscheinlich schon sehr viel eher verstanden, dass es hierbei um gar nicht so komplizierte Eigenschaften und Animationsmöglichkeiten geht. Jetzt sehen Sie natürlich auch, konnte ich die Farbe meines Titels noch im Farbverlauf ändern. Dies war mir möglich, indem ich hier auf den Titel gehe, dann bin ich hier auf den Effekt gegangen und habe hier ganz einfach einen Farbeffekt hinzugefügt. Und wenn ich hier auf die pinke Linie gehe, Effekt, Editieren, Farbkorrektur, dann öffnet sich hier meine farbliche Animation unter den vorgegebenen Werten der Rotkorrektur, Grün und Blaukorrektur, was dann so aussieht. Wir haben zu Beginn die Ausgangswerte. Diese bleiben in diesem Gelb bis zu dieser Keyframe-Reihe, ändern dann hier, das sehen Sie jetzt auch links an all diesen Eigenschaften, die meisten Werte. Dadurch wird es Pink und zu guter Letzt Rot und so bleibt es dann bis zum Schluss. So konnte ich also die Farbe hier noch zusätzlich animieren und im Verlauf des Videos ändern. Wie ich zu Beginn noch nicht erwähnt habe, wie ich diese Balken hier überhaupt vertikal hier einbauen konnte. Im Video zuvor waren diese Balken nämlich horizontal eingebaut. Und das geht ganz einfach, wenn wir hier mit einem Klick nochmal reingehen und dann hier auf die Drehung schauen. Hier habe ich einmal den Wert der Drehung auf 90 gestellt, sodass der Balken nicht mehr liegt, sondern im Prinzip jetzt steht. Das gleiche gilt hier für meinen anderen Balken, allerdings ist hier der Wert minus 90. Und Sie können es sich vielleicht schon denken, das liegt jetzt quasi daran, wenn ich hier 90 eingebe, ist der weiße Wert links, der blaue Wert rechts. Und wenn ich minus 90 eingebe, ist der blaue Wert links und der weiße Wert rechts. Da ich das genauso haben wollte, habe ich also auf dem darunter liegenden Balken den Wert von minus 90 und auf dem oberen den Wert von 90. Ein fantastischer Auftakt für mein letztes Urlaubsvideo.